Musik Samstag, 9. Dezember 2017, 19.20 Nach dem finalen Rückkampf in der Bundesliga Liebe Fans des ASV 1880, liebe Gäste, meine Damen und Herren Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Kampf dieses Abends Zwischen den meisten ASV 1880 und der C-Becke Unterstützen Sie uns heute Abend, denn wir wollen weiterkommen Wir zählen heute wie auch sonst immer auf euch Wir begrüßen den Kampfrichter des Abends Herr Pion Gruner von Landesverband Bayern Herzlich Willkommen Herr Gruner Wir begrüßen Sie mit mir die Gastmannschaft aus Merkel mit ihrem Cheftrainer Team Nettober Herzlich Willkommen, wir bitten die Gastmannschaft zu einem Marsch Bitte kommen Sie auf die Matte Herzlich Willkommen, wir bitten die Gastmannschaft aus Merkel Herzlich Willkommen, wir bitten die Gastmannschaft aus Merkel Wir begrüßen Sie mit der Gastmannschaft aus Merkel Herzlich Willkommen, wir bitten die Gastmannschaft aus Merkel Herzlich Willkommen, wir bitten die Gastmannschaft aus Merkel Herzlich Willkommen, wir bitten die Gastmannschaft aus Merkel Jetzt begrüßen Sie mit mir unsere Mannschaft mit dem Cheftrainer Mr. Superlesic und den Gastmannschaften David Herzlich Willkommen, wir bitten die Gastmannschaft aus Merkel Damit ist die Gastmannschaft die folgende Mannschaft heute auf die Matte 57 Kilogramm von schicht römisch Er bestellt sich heute in die Piste der Mannschaft Unsere 14-Jährige, zweifacher Deutscher Meister im Kanätenbereich. Unsere Jugend, unsere Flüge, hier ist Uda Semir. Ein unserer Sichtbildungsbeiste, Georgischer Meister und Sieg in der Bundesliga. Und er macht heute seine Sechste, er will heute seine Sechste Sieg anfahren. Hier ist BK Wittger-Schwilli, 166 Kilogramm, Fischisch-Röbisch, sieben Siege. Letzte Woche wäre eine starke Leistung, immer im Wissen der Mannschaft. Hier ist Ilir Zephai, 71 Kilogramm, in seiner Gewicht gelassen ist er unversiegt. Als Siege, unsere amtierende Deutscher Meister, Tim Mulder. 75 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Er hat letzte Woche eine großartige Kampf geleistet. Er will heute alles geben. Hier ist Russland Kutminert. Wohl 50 Kilogramm, Fischisch-Kilogramm, Fischisch-Röbisch. 42 Mannschaftspunkte, zweifacher Europameister, dritte Olympiasieger und amtierter dritter Weltmeister. Hier ist Soler Demidosch. 80 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Er ist wieder Lach, mehrfacher Pizze-Weltmeister, zweiter Olympiasieger. Unser sympathischer Däne, hier ist Marc Matze. 87 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Mehrfacher vulgarischer Unionmeister. Er kommt aus unserer eigenen Jugend. Er will heute alles auf der Macht ergeben. Hier ist John Beckel. 98 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Er liegt heute wieder. Für die Mannschaft, still ab, weg. Eine unserer großen Talente, unser Kampffaket. Lade wir nehmen. 150 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Wer ist wieder Pizze und will heute alles geben, die wir hatten so auch ein großartiger Kampf geleistet, unter dem vierfacher Deutscher Meister, Gabriel Starr. Und die Warnungen des Abends, die Gäste zur ersten Danksform, herzlichen Werken. 57 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Für die Gäste Surab Machchiasvili und für uns Burak Demi. 61 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Für die Gäste Arunjanzen und für uns Beka Pichiasvili. 67 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Für die Gäste Arunjanzen und für uns Tim Müller. 75 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. 75 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Für die Gäste Dominik Cello und für uns der Russlander Kotlinetz. 75 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Für die Gäste Dennis Ruhbach und für uns Sonne Demitrash. 80 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Für die Gäste Karl Stein und für uns Marc Matze. 86 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Für die Gäste Dominik Bauer und für uns Can Becci. 98 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Für die Gäste Alexander, Claire und für uns Vladimir Rehmer. Und 130 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Und 130 Kilogramm, Freischisch-Röbisch. Für die Gäste Andreas Enz und für uns Gabriel Scha. Liebe Fans, meine Damen und Herren, wir erwarten heute ein interessanter, heißer Kampfabend. Mittag in der Duelle auf der Matte. Weiß von Meisachen. Ich wünsche dem Kampfabend einen fairen Verlauf. Wir beginnen mit 57 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Wir beginnen mit 25 Kilogramm, Fischisch-Röbisch. Vielen Dank. 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 Wir begrüßen unsere Partner und unsere Unterstützer und Förderer, der Hofmacher von Maltese und Maltese Hexberg. Er ist extra aus Köln, der ist extra aus Köln, der ist extra aus Köln eingereist. Er ist extra aus Köln Er ist extra aus Köln. Er ist extra aus Köln, der ist extra aus Köln. einen, der ist extra aus Köln, der ist extra aus Köln. ... Jakom, die ist extra aus Köln, der ist extra mit dem Kommreen, der Besiktet. Nicht binden lassen, nicht binden lassen. Nächster passiert gegen Laura. Applaus 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 Herzlich Willkommen! Nächste Wunde! ... links! ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 ... 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